Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Kryptoanarchist. Wir schauen einmal rein, Leute. XRP heute bei 47 Cent, das heißt also der Markt wieder ein bisschen nach oben gegangen. Und generell Dogecoin hat wieder 25% hingelegt, man weiß immer nicht, was da alles so abgeht. Und der Markt generell ist wie immer ein bisschen komisch, Bitcoin hält sich stabil über 20.000. Und ich glaube tatsächlich, dass morgen nochmal irgendwie die Zinsen angehoben werden sollen, jetzt in Amerika wieder. Die ersten Hike Rates, glaube ich. Von daher, da könnte es nochmal zu einem Trend in die eine oder andere Richtung kommen. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Dafür schauen wir auch einmal rein. Der erste Tweet für heute kommt von David Schwartz, aka Santa Claus. Und er hat hier einmal, danke für den gemeinsamen Einsatz auf dem XRP Ledger, beziehungsweise von der XRP Ledger Community und den Ripple X Dev Engineers. Der XLS 20 Standard ist jetzt verfügbar auf dem XRP Ledger Mainnet und ein paar NFTs wurden bereits gemintet. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Das sehen wir hier einmal. Dev.to, XRP Ledger NFTs are here. Benefits und Design von und für die Community. Volle Transparenz, das ist natürlich klar. Ich meine, klar, in der Form ist natürlich jetzt nicht viel anders zu anderen NFTs, außer dass sie eben hier deutlich kostengünstiger sind und das Netzwerk auch schon groß ist auf jeden Fall, das XRP Ledger Netzwerk. Und von daher bin ich auf jeden Fall gespannt. Ist natürlich ziemlich cool. Weitere Standards folgen hoffentlich jetzt, aber der XLS 20 Standard mit NFTs ist zumindest jetzt so verfügbar. Dann haben wir hier einmal Documenting Ripple und hier geht es einmal um die SEC. Das heißt also, damals wo Ripple verklagt wurde, war schon vorher geschrieben, dass XRP im Endeffekt keine Security ist von der Person. Und wir wissen natürlich alle, um wen es geht, nämlich um niemanden Geringeren als Jay Clayton, den ehemaligen Chairman der SEC. Und hier geht es einmal um den 6. Juni 2018. Dann hat der SEC Chairman Jay Clayton XRP als einen Ersatz für traditionelle Währungen genannt. Das kann man hier einmal sehen. Kryptowährungen, sie sind einen Ersatz für die souveränen Währungen. Sie ersetzen den Dollar, den Euro, den Yen mit zum Beispiel Bitcoin. Diese Art von Währung ist keine Security. Ein Token, eine digitale Währung. Wenn ich dir Geld gebe, dann weggehe und dann irgendwann später wiederkomme und dann sage, hey, hast du jetzt mehr Geld gemacht, dann gib mir was. Dann ist es quasi eine Aktie und wir regulieren es. Das ist auf jeden Fall eine sehr klare Trennung aus meiner Sicht. Natürlich ist es immer noch schwammig genug, um da alles Mögliche rein zu interpretieren. Und das macht die SEC ja auch gerade, indem sie einfach sagt, ja, es wird zwar als Währung genutzt, aber es gibt auch bestimmt irgendwo eine Person, die es als spekulative Anlage nimmt. Und ja, natürlich gibt es das. Wenn man ehrlich ist, natürlich gibt es das. Von daher, solange das ja gegeben ist, ist es ja aus deren Sicht immer eine Security. Meine Frage ist dann auch, ist eigentlich auch der Euro quasi eine Security, also eine Aktie von dem europäischen Währungsraum, so in der Richtung, weil ich sage mal, es gibt ja auch Leute, die zum Beispiel den Euro kaufen oder verkaufen oder den Dollar kaufen oder verkaufen, mit der Absicht, dass er zum Beispiel im Wechselkurs gegen andere Währungspaare steigt, um dann daraus Profit zu schlagen, wie das mit Hebel traden und so weiter. Sind das auch alles Aktienhändler quasi? Das würde ich die SEC gerne mal fragen. Dann haben wir eine richtig coole Sache und zwar hier von James K. Fillon, denn Coinbase, das große Exchange, ich glaube Top 2 oder Top 3 Exchange, hat jetzt eine Anfrage gestellt an das Gericht, um auch nochmal eine Art Dokument einreichen zu dürfen, um Ripple zu verteidigen. Das finde ich super, muss ich ganz klar sagen und das hatten wir auch schon öfter kritisiert, zum Beispiel bei dem CEO von Coinbase, der immer darüber gesprochen hat, ja, wir müssen hier alle solidarisch sein im Kryptobereich und so weiter und dann hat Coinbase quasi nur zugesehen, wie Ripple verklagt wird und nichts gemacht und dann sogar noch XRP gedelistet quasi, weil sie gesagt haben, nee, mit sowas Illegalem wollen wir nichts zu tun haben. Aber man muss ganz klar sagen und das finde ich ist ein sehr positives Zeichen, dass sie hier jetzt Ripple zu Hilfe kommen. Von daher, vielleicht haben sie sich gewisser Kritik angenommen, vielleicht war es auch schon länger geplant und wir haben mit der Kritik ein bisschen Unrecht getan. Das weiß man natürlich nicht, aber zumindest, wenn sie jetzt in der Form die SEC kritisieren, weil sie es nicht schaffen, der Kryptowelt irgendwelche Regulationen beziehungsweise sozusagen die Rahmenbedingungen dafür abzustecken und das stimmt natürlich und da kann ich nur zustimmen. Deswegen super cool und ich hoffe, dass das Ganze XRP und Ripple helfen wird. Dann haben wir hier Stefan Huber, er sagt, holy macaroni, sie weiß Bescheid. Dann haben wir hier Secret Garden, also SEC Garden, Remarks at SEC Speaks. Und dann haben wir hier, ist der SEC creating Secret Law for Krypto. Könnte das sein, wird im Hintergrund schon daran gearbeitet. Man kann sich ziemlich sicher sein, dass das daran gearbeitet wird, denn es wäre ziemlich komisch, wenn sie jetzt die ganzen Sachen, all die Strapazen und so weiter mitgemacht haben, um am Ende dann zu sagen, vielleicht so irgendwie in Richtung, okay, Ripple, ihr habt gewonnen, XRP ist keine Security, so in der Richtung und dann hätten sie nichts. Dann wäre so, wir haben jetzt aber auch kein Framework vorbereitet. Dass das passieren wird, ist sehr unwahrscheinlich und deswegen denke ich mal, natürlich wird da im Hintergrund schon deutlich, deutlich dran gearbeitet. Dann haben wir hier einmal Gary Gensler, das ist ja der aktuelle Chairman der SEC. Und er sagt hier, herzlichen Glückwunsch zum 14. Geburtstag von Satoshi Nakamoto's White Paper. Das alles hat zu Innovationen und Kryptowährungen, Investments geführt. Lass uns sicher gehen, dass Krypto auch im 15. Jahr immer noch sicher für Regulationen, beziehungsweise sicher für die Investoren ist. Natürlich ziemlich ironisch und man könnte tatsächlich meinen, dass das eine Art Fun-Tweet oder so Parodie-Tweet irgendwie ist. Aber zumindest muss man sagen, finde ich es schon bedenklich, dass er hier ganz explizit Bitcoin quasi anspricht und da so ein bisschen Rücken gibt und sagt, ja, Bitcoin voll cool und so weiter, das halt hochhypt in gewisser Weise. Ich bin der Meinung als SEC-Chairman, der ja die Meinung vertritt, dass er für diesen Bereich zuständig ist, gerade dann sollte man natürlich umso neutraler in gewisser Weise sein, beziehungsweise sich einfach dazu nicht äußern. Ich meine, wir kennen wahrscheinlich alle seine zumindest halb offizielle Meinung, die er so vertritt, aber dass man das so explizit postet und dann quasi so, das wäre quasi so, als wenn ich jetzt sagen würde, hey, herzlichen Glückwunsch, Ripple, so 10 Jahre oder Chris Saßen oder sowas irgendwie in der Richtung. Das wäre natürlich schon bei jedem anderen Coin eine ganz klare Richtungsweisung im Endeffekt. Hier haben wir einmal Shorto Fomo und er hat hier einmal das erste NFT auf dem XRP Ledger. Das kann man hier einmal sehen unter der Adresse, beziehungsweise hier beim live-net.xrp-ledger.org. Das sehen wir hier einmal, natürlich leider ohne Bild. Das ist natürlich immer schwer, das darzustellen. Aber hier haben wir einmal ein NFT erstellt, aktuell zu den Kosten von 0,25 XRP, also ungefähr 10 Cent. Und auch ziemlich cool, hier sieht man dann quasi von welcher Adresse und wie viel es gekostet hat, von wie viel da drauf waren, dass jetzt also dann 14,75 nur noch da drauf sind. Das sieht also schon ganz cool aus und mir gefällt auf jeden Fall das Deal hier von dem XRP Ledger Explorer. Dann haben wir hier einmal Ashley. Sie hat den Bearable Guy nochmal mit den drei Bomben hier an seiner Mütze. Passend mit den Mondphasen hier, den Neumond, First Quarter, Full Moon und Third Quarter. Kann man also hier einmal ganz schön das quasi gegenüberstellen. Dann haben wir hier einmal den XRP Crypto Wolf mit einem schönen Chart, beziehungsweise einem Bericht darüber, dass XRP Bitcoin und Ethereum auf einer Jahresbasis outperformed hat. Und natürlich muss man immer sagen, dass das keinen richtigen Indikator jetzt ist oder gibt dafür, weil wir jetzt aktuell ja immer noch in dem Bären-Market sind und das tatsächlich schon echt länger runtergegangen ist die ganze Zeit und alle irgendwo pessimistisch sind. Und ja, manche Coins fallen dann eben 30%, manche 35% so in der Richtung. Und aus meiner Sicht zeigen sich die Warenstärken eigentlich immer dann nur in den Bullruns im Endeffekt. Aber ich hoffe natürlich auch, dass wir langfristig mal irgendwann in eine Situation kommen, wo im Endeffekt ja quasi die Märkte sich stabilisieren und wir nicht immer in diesen Zyklen komplett traden, sondern in einem stetigen Wachstum irgendwo sind. Dass es keine ganz krassen Bullruns gibt, wo jetzt Coins auf einmal 12.000% machen oder sowas. Aber dass es im Endeffekt jetzt auch nicht auf einmal dann 30, 35, 50% runtergeht oder so. Das ist natürlich immer am schmerzhaftesten. Dann haben wir hier einmal Bondcrip XRP nochmal in Bezug auf diese Visa-Wallet, die da gelauncht werden soll. Und zwar mit Ethereum, Bitcoin und XRP. David Schwarz hat damals gesagt, dass es nicht so günstig, wie es jetzt ist, sein überbleiben kann. Kann in Anführungsstrichen natürlich. Aber im Sinne von, dass es um genutzt zu werden nicht so einen niedrigen Preis haben kann. Sondern je höher der Preis ist, desto besser ist es im Endeffekt für XRP. Und dann sagt er hier, rechnet euch das selbst aus, würde Visa einen Coin hinzufügen, der gerade irgendwo zwischen 40 und 50 Cent rumdümpelt, sogar noch mit einer Klage quasi am Hals. Das ist natürlich nicht realistisch, dass sie da jetzt sagen würden, ja komm, da müssen wir auf jeden Fall mit weitergehen. Vielleicht wissen die in der Form mehr. Und vielleicht wissen die in der Form, wie es da weitergehen kann oder wird. Visa, eine Trillion Dollar Company, launched Bitcoin, Ethereum und XRP Wallet. Dann haben wir hier einmal am Ende natürlich wie immer noch einen Fun-Tweet vom XRP Standard. Und zwar sagt er hier, das wird wirklich zu verrückt. Jetzt wird die SEC auch noch einen Antrag einreichen, dass sie quasi einen Support-Brief für Ripple und XRP einreichen darf. Richtig crazy, was da alles funktioniert. Und tatsächlich gibt es wirklich Leute, die darauf dann noch reinfallen. Und am Ende nochmal zwar ein Fun-Tweet, beziehungsweise hier ein Kommentar, der nicht wirklich gut gealtert ist. Und zwar hier von Crypto Dash sagt er hier, meine Prediction, der nächste Support-Brief wird von Coinbase gefeilt. Denn sie haben aktuell auch so viel Werbung hier irgendwo am Start wie Ripple. Crypto means Business. Da haben sie hier einmal Coinbase, Coin, Nasdaq gelistet. Und dann schreibt Crypto Rico darunter, du musst neu sein. Brian Armstrong, der Coinbase-CEO und Brad Garlinghaus mögen sich nicht und sie werden sich niemals helfen. Und dann, das war jetzt vor elf Stunden und dann kam ja jetzt die News, dass Coinbase tatsächlich da helfen will in der Form. Von daher, ja, das ist wirklich nicht gut gealtert, muss man schon sagen. Ich habe mich natürlich gefreut, dass ihr heute mit dabei wart. Und ich hoffe mal, wir sehen uns auch morgen auf diesem Kanal wieder zur neuen News rund um den Kryptomarkt allgemein. Und bis dahin, schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, was ihr so denkt zu den ganzen Themen. Und gebt ein Like oder Dislike, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns heute. Haut rein. Ciao. Ciao.